Jannik Mohr und Janno Wotby Eine Art Stückweite Wiedergutmachung gab es dann aber doch noch für ihn beim Abschluss von Robin Meissner kurz vor Schluss Untermauert Nürnberger die eigentlich gute Performance seiner letzten beiden Spiele Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video Habt ihr auch ein überragendes Tor, eine lustige Fail-Aktion oder eine sensationelle Parade gefilmt? Dann schickt uns per Mail euer Video mit allen Infos